Willkommen zufrieden! Tut mir leid! Klar, hab ich nicht mal mehr die Uniform mehr. Alles verloren, ey. Fuck you. Jetzt kannst du eigentlich wieder zurücklaufen und mich ausrüsten. Wo ist dieses Bus? Wo können wir uns denn ausrüsten? Ja, wo wir zuletzt waren. Das dauert zu lange. Ich hab ein Fahrzeug. Ich kann auch nicht mal mehr den Weg. Egal, wir machen einfach weiter. Ganz ruhig, Mann! Müssen wir da lang! Folge mir! Keine Kratzer im Lack! Nein! Ja, was, der Folge mir und droht ab. Ja, ich sag, der sitzt schon drin, ey. Nein, Mann, ich brauche, ich mache das halt. Ja! Ja! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Da schlittert der hier schon so lange. Hahaha! Bieste! Johnny Jump! Herzlich Willkommen zurück. Ja. Jetzt könnt ihr den Datenbildschirm sehen. Willkommen back, Willkommen back, Willkommen back! Das Spiel ist natürlich nicht scheiße. Ich drehte meine Runden im Kreis. Ich drehte meine Runde im Scheiß. Ich drehte meine Runde im Scheiß. Ich drehte meine Runde im Scheiß. Leider aus rechtlichen Gründen. Hahaha! Hahaha! Ich darf weit treten! Vielleicht können wir wieder eine Minute aufnehmen, das wird schön. Ja klar, häng ich oben dran! Ja, Mann! Wohl der Cliffhanger! Hahaha! Der Cliffhanger? Ja! Ja, Mann! Du bist echt voll langsam hiermit. Ja, Mann! Guck mal, wie viele Zombies dann aufkommen! Ja, Mann! Wir werden zu bald drüber! Wir sind uns beehnernd. Wir sind voll außen gekommen. Wir sind nicht abgeschritten. Ja klar, wir schleichen davon. Aber sie platzen alle! Guck mal, sei reiner, sie platzen! Ja klar, bleibt ja fast stehen! Ja, die fällt voll langsam, die Scheißkarte! Fährst du nicht irgendwie in die falsche Richtung? Nein! Hier, hier können wir runterspringen! Jetzt sind wir dann schon da! Erstmal einen Axt-Clown! Kann der hier runterspringen jetzt gar nix machen! Wo bist du verdammt scheiße? Ich bin noch gar nicht runter gesprungen! Ja klar, warum sagst du denn, wenn wir sonst nur runterspringen? Ja, ich wollte erst mal ne Waffe suchen, jetzt spring ich runter! Wo denn? Ja, scheiße, ne? Geht gar nicht, ne? Ja! Du hast ja richtig in die Scheiße gegriffen! Ja? Komm mal her, ich zeig dir, wo man runterspringen kann! Hier! Hier ist der Weg! Ah, beschissen! Komm! Ah, beschissen! Komm! Müssen wir nicht in die andere Richtung und dann runter? Ich weiß nicht, wir müssen irgendwie... Ich denk mal, wir müssen in die Richtung, von der du gerade gekommen bist! Und das ist wieder Nacht! Ja klar, klar, fangen wir mal! Wo bist du? Ich lauf in die andere Richtung! Hier, zeig dir mir aber irgendwas an! Irgendein Vieharch! Hier, bei mir! Die machen mich alle! Das ist okay, wir müssen wieder auf die Seite, dass wir hochspringen können! Aber hier kannst du nirgends wo hochspringen! Wenn wir gerade was runtergeziehen, sind wir schon am Anfang! Ja, ja! Das muss ich rauskissen! Ich fahr in die Menge rein! Du wirst das Leibhaus fahren! Da kann er mich jetzt ein bisschen überholen, Alter! Das war dann anders halt! Ja! Das ist alles! Ja! Ich fahr mal da rechts hoch! Ja! 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 Ja, ja! 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 Wo bist du hin? Ich bin ins Auto, das dauert mir einfach viel zu lange. Viel zu lange. Geil, hier ist schon wieder Tag. Ja, ich fahr in eine andere Richtung. Ja, weil ich durch Zufall da durchgefahren bin. Aber ich hab nur noch 200 Meter. Ah, ich bin schon fast da. 50 Meter. Mach Platz! Jetzt! Was ist das? Ich komme jetzt in die Waffe. Du hast also schnell geschafft. Ja, ich hätte ein schnelles Auto. Was ist das? Das ist doch fast. Ja, ja. Der ganze Lapp nicht, wenn wir das explodiert werden. So ein krasser Wurken hat er das Spiel geschafft. Ja? Ja? Ach. Wo zum Teufel sind Waffen? Hä? Scheiße. Mann, das ist scheiße. Was? Du bist. Aber ich höre dich schon. Ich höre dich mit, Alter. Da bist du noch. Oh, ja. Oh, Johnny. Mal gucken. Ich glaube, das war mein letztes Bier. Ja? Ja, klar. Die Aufzeichnung von den Kameras. Haben wir sie? Alle? Her damit. Ich verwahre den an einem sicheren Ort. Ja, klar. Der vorne. Der vorne. Hilfe! Bitte Hilfe! Meine Frau! Ist noch jemand bei Ihnen? Nein, nein, nein. Sie ist verletzt. Oh. Fehr alles ab. Ein Porno, bitch. Bitte. Nein! 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 Sie waren nicht den Pinn hier! Oh nein! Was haben Sie getan? Nein! Was haben Sie getan? Nein! Nein! Stopp! Sie... Sie haben die Leute getötet! 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 Oh, wie süß! Ich liebe, möchte gern hin. Mhm. Mhm. Oh, ja. Du bist jetzt schon mit dir annehmen. Hahaha. Ich halte, aber ich auch so. Komm hier rein, Junge! Los! 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 Ah! 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 Ja, klar. Und jetzt? Und wieder anzuernd aufpassen. Oh! Das Spiel ist anvisiert! Boah! Da ist ein Mini-LMG! Okay! Ich bin erledigt! Ah! Du hast keine Ahnung, Kleiner! Wo ist die Schlampe? Keine Ahnung. Sie ist schon wieder weg. Da! Los! Die Super-MP! Kann nicht sein! Oh! 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 Die Super-MP Echt krass Oh ja Ich bin da, ist das schon weitergegangen Ich muss mal eine Super-MP noch ausprobieren Wo ist der hart? Oh, hier ist ein Waffenlager, Alter Ich hab ihn gelegt Hier neben dir Aber hier ist das Waffenlager, guck doch mal hier rein Hier auch Ich schlag es auf Oder auch nicht Da kommen wir später Ja Wer war das? Scheiß Sprengballe Ja klar hab ich nur einen Schuss gebraucht Warum wirst du knabbern? Ich auch Willst du auch so eine Super-Gun? Was noch einer? Ja ich traue gerade die zweite Wie krass Ok warte ich leg sie hier hin Hier bei dem Schild Ne warte das war die falsche Hier Da hast du sie Das ist wie eine Schrotflinte Das ist wie eine Schrotflinte Boah Alter Wir heben wir uns für die Schnappe auf Warum zu sechst du nicht? Was zum Teufel stimmt mit dir nicht? Hier ist ein Schrank Kann man aber nix machen Ja guck mal Was sind da los Alter Spare dich nur für den Gegner Welchen Gegner? Schnappe Schieß doch mit dir entgegen Aber müssen wir dafür her Die Treppe hoch? Die Zombies nehmen wir die normalen Doch Ich wollte einfach nur mitnehmen Gar nicht gut Wann wir schon mal hier sind? Ich habe eine Panikattacke Ja Lötende von 2 Nein Hilf mir Sie haben mich Ok Mal hoch zu gehst Ja Nicht jetzt Ja ich wollte nur die Zwei Schüsse wegbaldern Was ich hier eh nicht brauche. Da, ich hör sie schon. Bist du schön oben? Ja klar. Hier sind Tausende. Ja. Feind im Visier! Feind im Visier! Bist du... Hey Arschloch! Will ich scheißen! Ja, sie sind zum Endbus reingegangen. Und das kurz vor... Ja klar. Ja klar. Hier ist alles, Vater. Ja klar.